Sie kennen es bestimmt auch. Der Job fordert 100% Einsatz, Konzentration und Flexibilität. Der Terminkalender ist voll und ein Meeting jagt das nächste. Ruhe, Sport und Entspannung, einfach das Gute für Ihren Körper, kommt nicht selten zu kurz. Sie fühlen sich unwohl und ausgepowert, einfach ein paar Kilo zu viel. Die Kleidung wird immer enger und dann passiert das. Was tun? Resignieren? Aufgeben? Sie haben ja schon alles probiert. Nein, gönnen Sie Ihrem Körper die verdiente Pause. Hypoxie, Design Your Body, straffe Haut und endlich weg mit der Zellulite. Fünf Tage Auszeit reichen für ein neues Lebensgefühl. Probieren Sie es aus, mir hat es geholfen. Hypoxie Wied, Urlaub für Ihren Körper.